Ja? Hey Ron, alles klar bei dir? Ja Dicker, was geht Viktor? Alles gut, aber ich hab ein riesen Problem. Was los, sag? Dicker, es wird wieder Zeit einzulachen. Ist schon ewig her, wa? Ja, es wird Zeit. Ja Dicker, wo bist du genau? Ich bin hier, Leibnizstraße. Ja, ich hol dich dann ab Dicker und dann gehen wir, ich hab da was Dicker. Okay, ich freu mich, bis gleich. Bis gleich Dicker. Bis gleich. Jungs, wartet mal kurz hier. Das sind die Mädels, von denen er gesprochen hat. Ich war noch nie mit einem Mädchen geholfen. Vielleicht eine neue Erfahrung. Aber gabelt ja immer diese Weiber, die mitkommt zu Minigo. Was klärt der die Frau an der Rezeption? Was macht der da? Vielleicht ist es die Rezeption vom Hotel. Wenn das ein Hotel ist, dann geh ich wieder ins Treppenhaus. Das ist das Ende des Monats. Jungs, ich hab hier was vorbereitet für euch. Nehmt mal einen Schläger weg. Was sagen wir dann? Ja, Dicker, einlochen. Wie in den guten alten Zeiten. Wie einlochen? Na Mann, Golf spielen. Das sind die Mädels. Dicker, scheiß mal auf. Die Mädels. Wir sind beim Minigolf, Dicker. Ich hab jetzt hier das Papier. Wer will aufschreiben? Wer will der Punktemacher sein? Ich mach's. Okay, du machst das. Ich vertraue dir das an. Das ist mit Schreiben. Rechnen kann ich nicht. Was steht bei der ersten Bahn? Welchen müssen wir verwenden? Ich glaub den roten, oder? Das steht gar nichts mehr. Okay, wir nehmen den roten. Oh, zwei Schläge. Habt ihr gesehen? Was darf ich mir denn nicht vorstellen? Ich komm doch gar nicht ran. Mach du dich dafür. Ich muss noch einmal sagen, ich kann nicht einlochen. So, die erste Bahn haben wir absolviert. Jeder hat zwei Schläge gebraucht. Jetzt sind wir bei der zweiten. Und die sieht schon ein bisschen gefährlicher aus. So, wir sind jetzt bei der Looping-Bahn angekommen. Die Looping-Bahn ist mein Spezialgebiet. Ich treffe immer beim ersten Schlag. Untertitelung. Ich muss kurz checken welchen Ball wir hier brauchen, wir sind bei der 7, das heißt wir brauchen den weißen und ich habe wie mehrere Optionen studiert, deshalb kann ich auch ideal im Kopf den Winkel berechnen, wie ich jetzt den Schläger ansetzen muss, so dass ich direkt beim ersten Mal einlocken, oh, Jungs, 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 oh, ich sag euch, ich bin immer der Erste Knapp daneben ist auch vorbei, so ich habe mir jetzt eine Zigarette angezogen, um den Nikotinflecht zu gewährleisten, so dass ich den Bogen der Vernichtung besiegen kann, hierfür brauchen wir den Orangen und Weiß, den platzieren wir uns jetzt hier hin, ich überlasse dir diese Bahn, hast du vielleicht eine Metapher für diese Bahn? Was heißt Metapher? Das ist schon echt kompliziert aus, ich glaube die gibt es nicht beim ersten Mal, ich glaube das ist nur 10 von 10, der ist echt schwer einzulaufen. Guck mal, ich zeig dir mal wie das jetzt geht, ich habe auf jeden Fall sehr viel Erfahrung mit solchen Typ Frauen, die schon so einiges älter sind, als die, die du bisher hattest, deswegen demonstriere ich dir das Ganze einfach mal. Ich mach mir jetzt auch Patsche gleich. Mach dir mal Patsche. Hast du noch diese blauen Tabletten, die du vor dem Golfen genommen hast? Wir sind ein funktionierendes Team. Er hat von den Besten gelernt, oder mein Lieber? Wir sind Champions League. Auf alten Schiffen nennt man sie. Okay, wir sind jetzt hier bei der letzten Station angekommen. Es ist eine sehr spannende Runde hier zwischen uns, weil wir sind alle im Gleichstand. Und bei dieser Bahn entscheidet sich jetzt, wer das Rennen macht und wer der heutige Sieger sein wird. Niemals einlochen ohne Verhüten. Ich muss sagen, wir haben alle keinen Bock mehr. Dennis ist auf jeden Fall der Sieger der Herzen. mit seiner intuitiven Idee hier. Schluck Homo. Wenn man weg... Ich geh nie wieder mit euch raus, Alter. Kannst du ja mal essen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe euch hat unser kleiner Ausdruck gefallen. Das war auf jeden Fall schon mal ein gutes Warm-up für heute Abend. Der Junge hat es sturmfrei. Seine Wohnung wird heute auseinandergenommen. Und somit verabschieden wir uns alle. Jaaa. Okay... Haha.